Liebe Sängerinnen und liebe Sänger, herzlich willkommen auf meinem Chorproben YouTube-Kanal. Hier biete ich euch eine Online-Chorprobe an. Das heißt, dass ich im nächsten Schritt für Schritt einzelne Chorstimmen mit Klavierbegleitung aus der aktuellen Chorliteratur veröffentlichen werde. Die Links von diesen Videos bekommt ihr von mir per E-Mail. Und dadurch besteht eine gute Möglichkeit, selber zu Hause zu üben. Außerdem, es besteht auch zusätzlich noch eine Möglichkeit eines Online-Unterrichts per Video-Chat mit mir. Das kann möglich sein, entweder per Skype oder per WhatsApp. Meine Kontaktdaten seht ihr unten. Und ihr könnt mit mir jederzeit persönlichen Kontakt aufnehmen, persönlich kontaktieren, falls ihr Fragen habt zur Stimmführung, zur Atemtechnik oder zur Chorstimmen. Ich werde euch sehr, sehr, sehr gerne per Video-Chat unterrichten. Ich freue mich sehr auf eure Rückmeldungen, auf eure Feedbacks. Ich vermisse sehr unsere Chorproben und ich hoffe, dass es nicht lange dauert, dass wir weiter ganz normal unsere Chorproben wieder starten werden. Bis dahin, bitte kontaktiert mich. Noch einmal, meine Kontaktdaten stehen unten auf dem Video. Abonniert bitte meinen Kanal und schreibt bitte eure Kommentare, eure Wünsche und eure Ideen. Und bleiben Sie alle gesund!